Hallo, hallo, hallo! Hier ist ein neuer Sportvlog. Ich bin heute wieder auf dem Fußballplatz, aber werde kein Fußball spielen, sondern ich laufe die lange Bahn hin und her und im 16 Meter Raum werde ich einen kurzen Sprint ansetzen und immer wenn ich hier an der Kamera ankomme, mache ich einen Workout. Das seht ihr gleich nach dem Intro. Dann geht's sofort los. Ich bin heute wieder auf dem Fußballplatz. Okay. Okay. Ich bin jetzt bei ungefähr 15 Minuten angekommen. Ich kann heute so 50 machen. 50 ist gut. Da habe ich kein schlechtes Gewissen und ich habe ein bisschen was gemacht. Der Unterarmstütz gibt mir immer die Gelegenheit, etwas zu sagen. Das habe ich jetzt getan. Weiter geht's. Ich bin jetzt bei mir. 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 So, jetzt bin ich bei 25 Minuten, super, die Hälfte habe ich. So, jetzt bin ich bei 25 Minuten. So, jetzt bin ich bei 25 Minuten. So, jetzt bin ich bei 40 Minuten angekommen, muss noch 10 Minuten außerhalten. So, jetzt bin ich bei 25 Minuten. So, jetzt bin ich bei 25 Minuten. So, jetzt bin ich bei 49 Minuten. Ich habe es gleich geschafft. Letzte Herausforderung, ich will jetzt nochmal einmal komplett darüber sprinten, dann wieder komplett zurück sprinten und dann nochmal Liegestütze so viel wie geht. Aber ich glaube, es geht nicht mehr viel heute. Mal gucken, ob ich die 30 schaffe. Letzte Übung geht jetzt. Los. 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 Oh, 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 oh. 40, oh, heiliger Strohsack. Das waren 40, 40 Liegestütze nochmal am Schluss. Oh, heiliger Strohsack. Mir fallen die Arme ab. Ich sage an dieser Stelle, Cheerio, Miss Sophie. Macht Sport, runter vom Sofa. Das könnt ihr auch alles. Jede Übung, die ich heute gemacht habe, könnt ihr nachmachen. Kein Problem, wenn man will. Also, bis dann, bis zum nächsten Sportblock. Wir sehen uns.